Also natürlich ist die Hoffnung da, ist ja ganz normal. Ich glaube, wie ich schon öfter gesagt habe, ist der Traum Nationalmannschaft für jeden Fußballer da. Und wenn man erstmal den Fuß in der Tür hatte, ist es ja auch klar, dass man gerne dabei wäre, gerade im Blick auf die WM. Aber das ist für mich Zukunftsmusik. Ich tue, glaube ich, gut daran, erstmal meine Leistungen für den Verein zu bringen, wie ich das im letzten Jahr auch gemacht habe. Und im Endeffekt entscheidet dann der Trainer, wen er nachher mit nach Russland nimmt. Von daher, schauen wir mal.